Dankeschön! Darf ich dir mal kurz in die Runde fragen, wer von euch hat uns schon mal an Fastnacht gesehen? Das sind noch einige. Und wer ist heute zum ersten Mal bei uns? Das sind auch ein paar. Und wer war noch nie da? Schatz, ist das das Gleiche? Aber es haben sich andere gemeldet. Aber vielleicht für die, die uns noch nicht kennen. Schatz, du standest ja schon auf den bedeutendsten Bühnen dieser Welt. In den größten Metropolen. Vielleicht erzählst du einfach davon mal ein bisschen was, oder? Ich bin ein Star in Schneppenhausen. Mach alle Männer schwach in Bingebach. Ein Traum mit Bacher in Babababbenhausen. Steh auf der Bühne vorn in Bödelborn. Meine Namen kann man finden auf dem Burg of Fame in Oberlin. Ich war niemals schüchtern, schüchtern, schüchtern in Schlüchtern. In Offental und Messe. Nicht die Menge richtig fesse. Sing auch mal mit Gefühl. Wo seid ihr? Für euch im Brühen. Wenn leiden durchüğsen mellan Leute. Und ich schwängse Fähnlein in Asbach-Hentnéin. Mach alle Männer weich in Bayern-Bange, Windvoll entzücken, in Funkstadt und Esch und Burken. Wir bauen sie einen Schlein, in Habitzheim. Entschuldigung, wisst ihr überhaupt, wo Habitzheim ist? Also Habitzheim, das ist bei Groß Umstadt. Wenn ihr jetzt die 45 vom D-Uhr kommt, in Richtung Ohrenwald... Sarah-Pierre, das interessiert doch jetzt kein Sau! Naja, aber das ist ja ein Projekt von der Schule und nachher auch so was wie ein Bildungsauftrag. Also wenn ihr die 45 vom D-Uhr kommt, in Richtung Ohrenwald fahrt, dann in Groß Umstadt die erste Straße rechts. Das ist auch schon die Habitzheimer Straße. Und nach ca. 3 Kilometern seid ihr dann auch schon in Habitzheim. Ich fand es richtig toll in Rossbach. Hat ne tolle Zeit im Buchschlag. Mein größter Fan heißt Schorrasch, der Schorrasch aus Lorsch. Nur in Dudenhofen gab's ne Katastrophe. Und in Ötzenheim und in beider Stadt nur noch schlimmer, schlimmer, schlimmer. Meine Klausel war der Auftritt in Eds Haus. Ich bin kein Broadway, Baby, nein! Und ich will's auch gar nicht sein, denn am schönsten ist hier bei euch im Zykluszelt. Und ich will's auch gar nicht sein, denn am schönsten ist hier bei euch im Zykluszelt. Aplausos 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 Vielen Dank.